Wuhu, 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 guck mal ich bin der Springbrunnen, wuhu, wuhu, wuhu. Brauchst grad sinnlos deine Munizierung. Ja stimmt. Ach irgendwie kommisch an. Jaa ich glaub die dreht sich. Ich hoffe, mir wird nicht übel. Ich meine, der Mundgurl von dem Riesen-Sushi-Fisch eben war schon heftig. Ja, voll zu voll geschreddert das Vieh. Das war geil. Ich erinnere mich ein bisschen an diese Froop-Werbung. Dann guckt das alles in den Mixer. Oh Mann, oh. Aha, Entfernen, um das Inventar aufzurufen. Ja, das macht natürlich Sinn. Wir drücken auf Entfernen. Ah, guck mal, eine drehende Ecke. Dann gibt es eine drehende Plattform. Noch eine zweite Festungspassage. Inventar. So, was habe ich denn hier Schönes? Ja, gar nicht. Flammenwerfer nehme ich mit. Und ich nehme mit... Nee, ich bin im Inventar. Ich nicht, ich bin dadurch im Pause-Menü. Echt? Ja, seltsamerweise. Ja, ich muss warten, bis du fortsetzt. Ich kann sonst nicht. Achso, kann ich mir Zeit lassen, oder? Geh, geh mal raus und lass mal bei dir drücken. So. Und jetzt. Geht doch. Hast du? Ja. Gut. Ich auch. Erstmals das letzte Level, würde ich sagen. Äh, hast du das? Oh, du hast zwei Revolver, die habe ich nicht. Ich habe auch nicht, wo ich die habe. Ich habe immer noch ein Ausrufezeichen hier. Automatische Pistolen jetzt. Cool. Oh, das ist ein besserer, die hat Waffenkraft. Alter. Die nehme ich mit, Mann. Waffenkraft ist da sechs Sterne, aber der Rate drei und Munitionsverbrauch gerade mal zwei. Die sind noch gut, Mensch. Die packe ich mir ein. Die sind doch noch gut, Mensch. So, die Pistolen, ja, die sind... Ja. So, warte mal. Oh, ich muss langsam pull an. Ich muss pull an. Warum denn? Ich muss pipi, ruf die Lara. Nein, die Lara kommt nicht mehr. Ich muss pull an. Sind wir schon da? Ich muss ja auf Escape drücken, wenn es weitergeht, ja. Oh, guck mal, TNT. Ah! Das ist Leben da noch. Das hebe ich lieber auf. Brutzel! Brutzel! Ah! Moglis! Guck mal, ich bin der Springbrunnen. Oh, es ist gerade sind wir seine Munition. Oh, stimmt. Oh, hier geht's nicht weiter, aber da solltest du dich mal abseilen. Komm mal zurück, komm mal hierher. Seil dich mal ab. Was war fett, einen abseilen. Ja, erstmal schön die Schüssel voll donnern. Echt so schön gemacht. Gespült wird nicht. Wir müssen was erfahren. Ach so. Aber der Kanal ist doch schon überflutet. Ach, genug Wasser da. Oh, guck mir jetzt echt leid. Willst du dich hier auch abseilen? Nein, hier füllen wir uns nicht. Will hier keinen abseilen. Ah, die Brücke dreht sich. Was haben wir gesagt? Was haben wir gesagt? Deine Drehecke. Gar keiner. Guck mal, hier ist endlos viel Medic. Irgendwas gerade bekommen. Irgendwas freiwillig. Mega irgendwas. Mega Medic. Mega Medic von mir aus. Oh, der ist auch. Entschuldigung. Kevin ist mir leid. Ha. Bleibt bestimmt offen. Oh, da oben war ein Schädel. Entreißen sie ein... Entreißen sie ein Schild? Daimon und sein Schild. Äh. Oh. Und hier, Kevin. Ja. Oh, oh. Das ist Schild, Daimon. Ah! Vielleicht mit deinem Seil. Ja, ich konnte... Hatte ich ihn nicht gerade? Nein. Ist das ein neuer? Neist ich dir denn ein Schild? In jedem Fall ist er tot. Ah, das ist schon ein 2er. Gott, hier liegt ich selber, bevor ich es einsammle. Oh, nee. Oh, na, wenn das keine Fall ist. Oh. Oh. Oh, okay. Okay. Äh, okay, du musst jetzt ganz schnell auf das nächste. Und los. Los, 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 schnell. Los, 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 los. Ja, ja, alles gut. Jetzt musst du wieder einen abseilen. Nur, dass die Wurst jetzt zurückkommt. Äh. Da glitscht in der Wand. Warte, ich hol kurz die Muni. Ah, ein Munitions-Upgrade. Warte mal, da geht es, glaube ich, noch weiter. Was? Warte mal, ich wette. Hihi. Das ist bestimmt eine Errungenschaft. Säulensprenges. Ne, du musst auch so bleiben auf dem hier. So, jetzt warte ich halt mal, bis das da weg geht. Und los, 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 los. Ne, er hat kein Zeitlimit, solange ich draufstehe. Ja. Das war jetzt deine Schuld. Ich wusste nicht, dass du noch draufstehst. Ich habe das jetzt nicht beobachtet. Ich war auf das Ding fixiert. Los. Ich gehe. Ja. Und zieh. Bleib schön drauf. So, Achtung. Ich mache. Naja, so geht es auch. Hat sich erledigt. Oh, Mann. Läuft wieder extrem gut heute. Ja, Mann. Wenn man älter wird. Nach den ganzen Sushis sind wir jetzt auch satt, ne? Mensch, mal ordentlich, was hier jetzt ist. Achtung, hier Sony. Die Sprelle, die sich verfolgen, Mowgli. Alter, machen die Schaden? Topstars. Topstars. Cool. Er dreht sich was. Ah, okay. Oh, oh, Schild, Mowgli. Oh, oh, oh. Na, wenn die nicht kaputt gehen. Hören sie nicht. Ja, da geht sie. Oh. Na ja, hab ich den Typen gekillt. Oh, ich hätte fast noch mal drauf geschossen, ne? Das war's, glaube ich, schon. War das ein geheimes Grab? Ne, ne, aber es geht hier weiter, glaube ich. Ja, aber nie. Ah, ja. Ach, guck mal. Ich bin eine Ballerina. Das wissen wir schon, wenn ich habe. Oh, was? Hast du mich schreien hören? Ja. Alter, ich habe gar nichts gemacht. Oh, Mann, das war richtig hellenhaft. Soll ich mal runtergehen? Nein, sollst du nicht. Okay, ich renne das mal hier rüber. Das ist doch safe. Ah, die greift mich an, Black. Oh, der hat ja nicht runtergeschöpst. Arschloch. Los, spring ihn weg. So, nee. Oh, nee, sammeln ich nicht. Auf den Hebel da drüben. Der rechts von dir. Drauf. Ah ja, jetzt musst du oben lang gehen. Bitte ja mal das Medi-Kit hier geben. Ich gucke jetzt auf den Hebel. Hol du dir das Medi-Kit. Nein, Alter. Guck doch mal meinen in deinem Leben an. Aber komm mal. Pass auf. Na, wenn du jetzt da rauf gehst. Gehst du ja wollen. Komm jetzt auch zu dir rüber. Oh, da ist noch eine Schäle. Kommst du da hin? Nee. Egal, komm rüber. Oh, du brauchst Munition. Ja, ich weiß. Oh. Geheimes Grab. Das ist ein geheimes Grab? Ja. Oh. Oh, das war knapp. Komm rüber. Sicher ist sicher. Oh, da trau ich mich jetzt aber nicht. Geh ja rein. Musst du doch nicht. Tschüss. Oh, oh, oh. Oh, lau. Voll. Oh, das kennen wir doch noch, oder? Alter, das kennen wir noch. Pass auf, da geht gleich wieder vorne ein zu. Achtung. Zurück. Jo. Vor. Ich hat's erwischt. Vor. Vor. Oh. Fuck. Oh, das hasse ich. Alter. Das hatten wir aber schon mal. Oh, oh. Geht's von ganz vorne los. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Das kann dauern, das kann dauern. Diese Art Rätsel, oder was heißt Rätsel, ist ja kein Falle. Mag ich schon mal gar nicht. Die, die zugehen, wackeln, wackeln, dann musst du weg. Wir können mal vor. Hab ich gepennt. Warte, 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 warte. So. Geht auf, geht bitte beide auf. Was war'n das? Es geht weiter, es geht weiter. Ne, ne. Doch, doch. Nein, das war nur das, er fackt. Äh, Art, er fackt. Waren noch Türen. Das ist blaues Licht, und was macht das? Das leuchtet blau. Ja. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Oh, ist aber weit. Muss ich aber erstmal Anlauf nehmen, warte. Warte, gar einen zweiten Anlauf. Muss ich ja einfach fangen. Boah. Die Aiden machen. Oh. Oh. Ah. Achso, du musst auch noch mal drüber. Jetzt drehen sich die Drehbrücken wieder. Da müssen wir hin. Wir müssen jetzt auf die Brücke, die sich gerade gedreht hat. Weil da oben ist ja... Oh. Ja, schon klar. Gut. War ein blaues Licht. Da war ich nicht. Oh, wie ist das? Das hast du sich hier geweckt. War ich nicht. Nimm du. Hey, Alter, kommen wir her. Da ist Licht. Blaues Licht. Jetzt ist es nicht mehr blau. Mysteriös. Stimmt, was findet Galileo Mystery? Blaues Licht. Warum ist das blau? Und warum ist das jetzt gelb? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja, mein. Achtung, komm mal mit hier drauf. Ich... draufdrück. Passt jetzt? Ich hab dein Leben gesprungen. Aber wie geht's weiter? Das war mir so klar. Wir hätten schnell springen müssen. Das geht schon. Ich wollte gerade sagen, das ist genau die Lösung. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ach, ja. Dein Profis zocken. Also, in den Highscores landen wir nicht. Weißt du, da jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es ja auch einen Highscore im gestorben, runtergefallen. Ja, da gewinnen wir bestimmt. Ja. Stell dich hin auf. Ich schieße auf drei. 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 Du hast geschossen. Wäre nicht fast runtergefallen. Ah, da kannst du bleiben. Äh. Bring da ran. Ah, ich hab den seinen Schild enderissen mit dem Granatwerfer weg. Ah. Ohne Schild sind sie schon viel mickriger. Wegkrieger? Ja. Oh, darf man das auf YouTube sagen? Ich glaube, ja. Sagen ja auch Mowgli. Ich habe bisher schon gesagt. Und Mowgli ist kein böses Wort. Mowgli ist der Typ, der im Dschungel wohnt. Stimmt. Ich bin fast tot. Ja, hier nur liegt Leben. Ich bin tot. Du hast gesehen, wie ich da runtergefallen bin. Lauf, hier liegt Leben. Ich hab wieder Leben. Ich hab jetzt gesammelt. Stimmt. Hier waren wir schon, aber hier müssen wir nochmal lang wegen Ding. Ach ja, aber jetzt ist die Brücke wieder anders. Äh. Äh. Ich bin bei den ganz hinten. Äh. Ganz hinten. Äh. Dann doch nicht. Warum sollten hier wieder solche... Ach stimmt, die Schilden wirklich... Warte mal hier lang. Äh. Ach so, ja ich glaube, die war hier die... Ja, mir kommen auf jeden Fall Gegner. Skelette nerven schon, dass man die nochmal sprengen muss. Das ist total dumm. Aber irgendwie cool. Aua. Sorry. Ah, der hält ja auch nicht unendlich hier, der Heilbrunnen. Ah ja, guck mal, wir können doch... Ja, sind doch richtig. Das ist the final way. It's the final way. Hey. Hey. Dadadada. Da. Dadadada. Und nochmal. Ach, wir sind voll Raudis. Wir haben nicht gewartet, bis es angehalten hat. Raudi, du Schlawiner. Oh Gott, wo ist es auf meiner Seite? Raus da, raus da. Bin ich? Oh, ich hänge an der Kante. Ich bin runtergefallen. Wurde weggesprengt. Ich auch. Nein. Oh, ich habe mich selbst weggesprengt. Total weggesprengt, ey. Total. Okay, probieren wir das nochmal. Ja, ohne Munition. Super. Lass uns einfach durchrennen. Hey, der halte ich nicht viel, aber okay, lass geht's. Bin dort. Beton. Ich habe es durchgeschafft. Da liegt noch ganz viel Medic. Aber du hast es nötiger. Okay, ich habe es. Auf, nicht sterben. Wenn du jetzt stirbst, ist es vorbei. Leben. Oh, kaum Medica. Warte, irgendeine Scheiße kommt jetzt noch. Ja. Ich muss das ja sagen. War so klar. Können wir uns schon bewegen? Oh, oh, lauf. Lauf. Tempel One, ich sage es dir. Wir sind tot. Nicht sterben, nicht sterben. Okay. Nicht sterben, nicht sterben. Das musst du langsam machen. Guck mal, gar nicht so sprinten. Einfach ganz sneaky. Ja, Feuer, Google. Ja, okay. Nee, du musst schnell. Guck mal, jetzt kommt sich das Sprengfresser näher. Ah, ich bin oben. Alter Schwede. Oh, ich habe eine MP freigeschaltet. Guck mal, ich habe so 50.000 erreicht. Pi, ja, ich habe Pi in die Hose gemacht. Hm, Pi, Pi. Zeig. mood. Saluta! Okay. Ja, ich bin oben. Auf College Hall. Kểtherin. Die house. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben oben. Ich bin oben. Ich bin oben. く schmeiße. Und ich bin oben oben. ônglozie. Bis zum nächsten Mal.